Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Zu einem weiteren Let's Play Tyranny. Das Spiel, ach man, dieses böse Spiel, das ist einfach so unpassend für mich eigentlich. Aber es macht es auch wieder geil, weil ich einfach kein Böser bin. Ich spiele auch nicht gerne Böse. Ich spiele lieber Rechtschaffen gut oder Chaotisch gut oder sowas. Gut, jetzt haben wir jetzt auch schon eins, okay. Ja, was machen wir hier? Die Frage ist, ob wir Matani Sibyl umbringen und ihr den Rest geben, ob wir sie dem Schalach-Roten-Chor überlassen oder ob wir sie gehen lassen. Ich glaube, also mir ist bewusst, wenn ich jetzt sage, gehen lassen, werde ich wahrscheinlich bei beiden hier die Gunst oder Zorn verlieren oder, also Gunst verlieren oder Zorn bekommen oder wie auch immer. Aber ich habe ja gesagt, ich will nicht so spielen, wie es den Fraktionen oder den Menschen, mit denen ich gerade rede, am liebsten ist. Sondern ich will es so spielen, wie es mir und meinem Charakter entspricht. Und ich spiele halt einfach einen rechtschaffenden Schicksalsbinder. Ich weiß auch jetzt nicht, wie das Gesetz da ist. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie dastehen würde, die Gefangene nach Kyros Gesetz hinrichten lassen, dann würde ich halt das Gesetz befolgen, weil ich bin halt der Schicksalsbinder und versuche das Gesetz so gut es geht auszulegen. Und wenn es halt nicht positiv auslegbar ist, dann setze ich es halt einfach durch. Also das ist schon mein Charakter, dass ich das Gesetz von Kyros achte, aber da nicht das Chor sie gefangen genommen hat und auch nicht die Geschmähten, liegt es ja an meiner Entscheidung, was ich mache. Und deswegen glaube ich, kann ich die gehen lassen. Lass die hier gehen. Du hast Gunst bei Geschmähte eingebüßt. Du hast Gunst, ja, das war klar. Was in Kyros Namen denkst du dir dabei? Willst du, dass sie eine Warnung überbringt, eine Art Botschaft? Antje schüttelt den Kopf und schnallt mit seiner Zunge. Ohne Hilfe wird sie nirgendwo hingelangen. Was du vorschlägt, ist schon ein bisschen verdorben. Lass sie uns gleich hier von ihrem Elien befreien. Ihren Rest geben. Sie hat gut genug gekämpft. Ich sage, wir geben sie dem Schaden. Ach, toll. Na, das geben wir dann aber auf den Sack. Wozu gibt es denn die dritte Option, einfach nur um Gunst einzubüßen? Das ist doch scheiße. Dann haben wir nicht viel. Aber trotzdem, das ist doch behindert. Wenn ich die nicht gehen lassen kann, dann... Den Rest geben sie halt gut genug gekämpft. Ich sage, wir geben sie dem Schadach-Rutten-Kurma, sie haben den Weg zum Lager zurückgelebt. Ich regte es gerade ein bisschen auf, dass die dritte Antwort sinnlos war. Also... Das finde ich halt dumm, wenn man eine Antwort einbaut, einfach nur um den Spieler zu schaden und es gar nicht möglich ist, sie jetzt laufen zu lassen. Ich weiß auch wieder, dass wenn ich ihr den Rest gebe, dann freut sich halt die Geschmähten. Wenn ich sage Chor, dann freut sich das Chor. Das ist mir halt egal. Jetzt ist die Frage, was ist das kleinere Übel für mich? Ich bin halt irgendwie dagegen, sie umzubringen, ehrlich gesagt. Boah, das ist echt krass, was für eine schwierige Entscheidung. Ich überlege aber halt auch, wenn ich sie laufen, also wenn ich sie dem Chor gebe, dann hat sie vielleicht noch eine Chance zu überleben. Vielleicht sehen wir sie mal wieder. Ich sage, wir geben sie dem Schadach-Rutten-Kurma, sehen, ob sie den Weg zum Lager zurück überlebt. Eine kluge Entscheidung, mein guter Schicksalsbinder. Bitterbitz gibt seine Bande ein Zeichen. Bringt die hier ins Lager und seid so abwärts mal vorsichtig. Wenn ihr Nerats Stimmen eine Leiche bringt, könnt ihr erwarten, ihr Schicksal zu teilen. Sollte sie überleben, bekommt diese Fanatikerin also eine Waffe in die Hand. Wie reizend. Und was geschieht mit diesem Dorf? Es ist zu riskant, das Dorf zu beschlagnahmen, weil die Einheimischen die Häuser vielleicht mit Fallen versehen haben. Er zuckt mit den Schultern und schlägt einen sachlichen Ton an. Wir sollten das Dorf niederbrennen, dass wir ihnen Nachschub abschneiden, ihnen eine Botschaft senden und das Raussignal mit den anderen bei der Überquerung des Matani einen von Weisen sichtbaren Sammelpunkt anzeigen. Haben wir all das Blut und die ganze Zeit für die Eroberung dieses Dorfes vergeudet, nur um es jetzt abzufackeln? Ich bewundere die mystische Macht des Feuers zwar auf eine Weise, die du niemals verstehen könntest, aber selbst ich finde, dass es für Brandstiftungen den richtigen Zeit und den richtigen Ort gibt. Schicksalsbinder, bitte sag Antio netterweise, dass er die Hälfte des Dorfs niederbrennen darf. Der Schallach oder Kur würde gerne die Hälfte unserer Beute behalten, nicht horchern. Sollten immer noch Dürfer hier sein, dann lasst sie laufen und macht das Dorf hinterher dem Erdboden gleich. Die Siedlung sollte erhalten bleiben und alle verbliebenen Bewohner zu Sklaven oder Rekruten gemacht werden. Das ist echt der Wahnsinn, was für Entscheidungen ich hier treffen muss. Oh mein Gott. Also ich mag das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Und wahrscheinlich ist es auch dieser Twist mit meiner Persönlichkeit, dass ich das Spiel so gerne mag. Aber die Entscheidungen in so einem Kraft, man kann halt wirklich nicht gut spielen. Also man kann nicht rechtschaffen gut spielen. Man kann halt nur rechtschaffen böse spielen. Das ist alles. Das ist eigentlich mein Stil. Aber ich kann nicht anders. Ich muss es ja machen. Sollten immer noch Dürfer sein, dann lasst sie laufen und macht das Dorf hinterher. Zu dem Erdboden gleich. Die Siedlung sollte erhalten bleiben und alle verbliebenen Bewohner... Hier kann ich auch den Vorschlag von Bitterwitz gar nicht annehmen mit dem halben Dorf. Die Siedlung sollte erhalten bleiben und alle verbliebenen Bewohner zu Sklaven oder Rekruten gemacht werden. Das ist wieder eine schwere Entscheidung. Soll ich lieber die ganzen Bewohner versklaven lassen? Ich meine, wenn ich die Siedlung erhalten lasse... Erhalten... Ja, wenn die Siedlung erhalten bleibt, dann sind die Bewohner aber versklavt und Rekruten und Bitterwitz versucht dann... Oder wir setzen halt ein Zeichen, brennen das ganze Dorf nieder, aber dafür dürfen halt die Dörfler gehen. Das gefällt mir fast besser als Warnungssendung. Ich nehme das erste. Sollten immer noch Dörfler sein, dann lasst die laufen und macht das Dorf hinterher dem Erdbutten gleich. Du hast Gunst gewonnen und Zorn. Du hast Zorn bei Ventrien-Wache hinzugewonnen. Warum das denn? Ich hab's doch die Dörfler laufen lassen, aber ist egal. Wie gesagt, nach der Gunst oder dem Zorn spiele ich nicht. Ich brauche zwei von euch, um das Gebiet nach unseren eigenen Verwundeten abzusuchen. Antio gestikuliert seinen Soldaten. Und nochmal zwei, um Feuerholz zu sammeln, nachdem wir die unseren vom Schlachtfeld geholt haben. Gute Jagd, Schicksalsbinder. Der geschmähten Kommandant salutiert dir energisch. Graven-Esch beschützt. Nun, wenn wir das mit Feuer lösen wollen. Der Kanter stößt einen langen Seufzer aus, während er langsam das Digill eines längst verstorbenen Arkonten des Feuers mit seinem Zeigefinger nachzeichnet. Dann könntest du das wenigstens einem Experten überlassen. Lass deine Krieger die Verwundeten zusammentreiben. Wenn du dieses Dorf wiederbrennen willst, dann sei es so. Aber wir werden sämtliche Beweise dafür vernichten, dass wir jemals hier gewesen sind. Der Kanter grinst boshaft. Schicksalsbinder. Beim Namen der Legion der Geschmähten und unserer Verbündeten vom Chor danke ich für deinen Mut und deine Weisheit. Der Eisenmarschall hat Kunde gesandt, dass die Arkonten sich im Lager der Geschmähten treffen. Deine Anwesenheit wird erbeten. Du solltest ins Lager eilen. Wir übernehmen hier. Habe jetzt eigentlich schon genügend Information bekommen, was... Du kannst uns hier töten, aber unsere Sache wird andernorts erblühen. Die Stufen werden nicht lange in Ketten bleiben. Ähm. Habe ich jetzt eigentlich das geklärt mit dieser Eisenlieferung? Also... Muss man direkt mal im Questbuch nachschauen. Finde die Eisenwaffen, die sich irgendwo im Dorf Echeroop befinden. Ende die Schlacht im Dorf Echeroop. Das Chaos der Schlacht wird es schwierig machen, diese verlorene Lieferung zu finden. Es wäre ratsam, sich vor der Fortsetzung der Suche um die... Ja, habe ich gemacht. Okay. Robe der Weißen. Das wäre dann was für ihn. Robe des Gelehrten. Das ist genau das Gleiche. Ja. Dann geben wir ihm das nicht, weil solange wie das nichts besser macht, werde ich natürlich immer die ursprünglichen Klamotten lassen. Eisernes Großschwert. Ist das ein Zweihandwaffe genau? Eisernes Großschwert macht nur geringfügig mehr Schaden, hat eine etwas bessere Reichweite und etwas bessere Rüstungsdurchdringung. Aber deutlich schlechtere Erholung und deutlich schlechtere Genauigkeit nehmen wir also auch nicht. Ist aber einiges wert, deswegen ganz geil. Kaiserliche Eisenfallkarte Einhandwaffe. Die sieht ganz geil aus. Rüstungsdurchdringung 4. Was hat denn der da so? Bessere Rüstungsdurchdringung, aber Genauigkeit ist scheiße. SPS ist kacke. Das Gleiche bei Paxes und Lyra. Etwas bessere SPS. Ganz, ganz wenig bessere SPS. Schlechtere Erholung, schlechtere Rüstungsdurchdringung. Darmschlitze ist halt eine deutlich bessere Rüstungsdurchdringung, aber dafür schlechtere Genauigkeit. Schlechtere Erholung, ich glaube dann lasse ich den Darmschlitzer nicht... Äh, dann lasse ich den Darmschlitzer... Sorry. Sorry. So, was muss ich denn jetzt machen, um den Spaß zu beenden? Also damit dieses Quest weitergeht. Ach ja, Moment, wir sind ja im Level aufgestiegen. So, was wollte ich denn bei ihm machen? Was wird denn hier passieren? Stärke, also irgendwann werde ich wahrscheinlich mal auf, wahrscheinlich mal die Stärke plus machen, aber wir wollen ja... Ach ja, Wurfwaffen werden da auch um zwei geboostet, wie man sieht. Von 38 auf 40, also wäre es gar nicht so schlimm, das mal zu steigern. Energie ist ganz okay, die haben wir bisher, glaube ich, taktisch ganz gut hinbekommen, dass er nicht immer irgendwelchen Müll macht. Ich glaube, ich gebe ihm mal eine Stärke oder... Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist. Aber da er ja schon oft seinen Wurf... Seine Wurf... also seinen Kiel... also seinen Federkiel als Wurfwaffe einsetzt, würde ich schon sagen, dass es sinnvoll ist. Ja, ich mache es mal. Skill! Was haben wir da? Durchdringerter Wurf, verbessert die Reichweite von Launchies Angriffen mit Wurfwaffen weiter und verleiht ihnen moderate Rüstungsdurchdringung. Was ist das? Plus zwei, dann haben wir plus fünf, das ist aber schon deutlich besser. Und vier Meter zusätzlich. Wäre interessant, wäre interessant, wäre interessant. Erstmal flinke Feder, wringert die Abklingzeit und die Erholungszeit beim Einsatz von Federwurf, Federhagel und Federsturm. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil gerade dieser 3-fache... also dieser Federhagel ist halt echt ganz cool, der macht ganz gut Schaden für ihn. Subtiler Wurf, während er schleicht erhält... na, das ist egal. Ich meine, damit kann man halt guten Kampf eröffnen, aber... Ob sich das lohnt? Springende Klingen, leichte Treffer und Fehlschläge mit Fernangriffen prallen als Querschläger auf neue Ziele ab. Leichte Treffer und Fehlschläge mit Sterb... oh, das finde ich auch gut. Launchies, leichte Treffer mit Wurfwaffen können weiterspringen und Feinde hinter dem ursprünglichen Ziel treffen. Hinter dem ursprünglichen Ziel, das klingt ganz cool, aber ich weiß nicht. Das Gute ist halt, passiv funktioniert halt immer, das ist immer das Geile. Scharfauge, erhalte einen Genauigkeitsbonus auf Wurfwaffen, plus 10 Genauigkeit. Also ich tendiere gerade zu flinke Federn, damit wir halt öfters Federhaken einsetzen können, aber wir gucken mal hier. Urteil des Beobachters. Launchies trifft sein Ziel, unterbricht es und senkt seine nichtkörperliche Rüstung. Mit diesem Angriff aus dem Schleichen heraus eingesetzt, lehnt er das Ziel zusätzlich. Das heißt, das könnten wir auch gut eröffnen. Bei Treffern mit Waffe, gültige Waffen, zwei Waffen, ah, es geht auch mit Wurfwaffen, nice. Bei Treffern mit Waffe, Schaden, gelähmt. Das heißt... Moment, also wir haben... Unterbrechen, schwach. Triffst sein Ziel und senkt seine nichtkörperliche Rüstung. Wo steht denn das? Unterbrechen, schwach, eine Sekunde, Erholung, eine Sekunde, Zauberspruch, 4,32... Ach, Zauberbruch! Feuer, Frost, Schock und Arcane Rüstung um 5 reduziert. Das ist ganz gut, aber... Da brauchen wir ja fast schon die Zauber dann entsprechend. Was kommt denn danach? Misstrauischer Blick, erhalte einen passiven Bonus auf die Skillslist und ausweichen. Arcanes Urteil, Urteil des Wächters wird mächtiger, sodass Feinde in der Nähe des Ziels von einem Arcanen Angriff getroffen werden. Arcanes Urteil des Beobachters? Urteil des Wächters, wo ist denn Urteil des Wächters? Hä? Urteil des Beobachters. Und hier steht, Urteil des Wächters wird mächtiger, sodass Feinde in der Nähe des Ziels von einem Arcanen Angriff getroffen werden. Die Ausdauer der Wille und die Magieverteidigung von Feinden werden reduziert. Modifiziert Urteil des Beobachters. Aber wo ist denn Urteil des Beobachters? Das ist Urteil des Beobachters. Ah, es ist wieder mal ein Schreibfehler. Hier steht Urteil des Wächters, gemein ist aber Urteil des Beobachters. Meine Herren. Das klingt eigentlich ganz geil, aber da müssen wir halt zwei Punkte reinpumpen. Das klingt ganz geil, das klingt ganz geil. Was haben wir hier noch? Wissensmeister verbessert den Wissenskill. Stimme der Ewigkeit verleiht Launch die Trefferpräzision und die Fähigkeit, uralte Sprachen zu entziffern. Das ist äußerst nützlich für das Entdecken neuer Magie auf der... Kann antige Sprachen entziffern? Magie auf euren Reisen. Gabe der Lebenskraft, verbessert den Skill Lebenskraft beherrschen. Verbesser den Skill Leben beherrschen. Arcana Schild ist halt auch geil eigentlich. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Ich glaube fast, ich würde jetzt flinke Feder lassen. Also wenn ich jetzt hier nochmal weiter reinpumpe, dann müsste ich ja auch mich dann fast auf Schreibfehler spezialisieren zugegebenermaßen. Weiß ich nicht, ob ich das will. Das ist halt eher... Das ist halt schon geil. Urteil des Beobachters und Arcana's Urteil quasi um den Kampf zu eröffnen. Das klingt ganz nice. Ich glaube, ich mach das jetzt. Haben wir auch einen neuen Skill. Das ist immer gut, wenn man dann verschiedene Skills hat. So, jetzt hoffe ich mal, dass irgendwann die kapieren, dass hier der Kampf vorbei ist. Und... Vielleicht mal rausfinden, wo diese Eisenlieberung ist. Das würde ich gerne machen, bevor ich den Stop der Geschmähten zurückgehe, weil dann kann ich da direkt zwei Quests beenden. Primär... Würde ich ja gerne, aber ich würde halt auch gerne erstmal, kehre zu Xevois in Geschmähtenlader zurück. Finde die Eisenwaffen. Die Eislieberung muss sich irgendwo im Dorf befinden. Suche das Gebiet danach ab. Ach, das ist beendet, oder? Deswegen ist es ja auch ausgegrautet, Idiot. Die Eisenlieberung muss sich irgendwo im Dorf befinden. Suche das Gebiet danach ab. Ah. Vielleicht ist das dann ja schon hier oben, das Ding. Hier stand doch irgendwas mit den Eisenlieferungen. Hm. Okay, also hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Wenn wir jetzt unseren Weg einfach zurückgehen, dann sollten wir das doch finden, würde ich behaupten. Ah. Verschlossene Tür, diese robuste Tür wurde verschlossen, scheint aber nicht von der anderen Seite verbarrikadiert zu sein. Schloss knacken, das Schloss besitzt nur einen einfachen Mechanismus und kann wohl mit mäßigem Aufwand geknackt werden. Das Schloss zerstören, das Schloss ist alt und instabil und kann mit genügend Kraft zerstört werden. Da ist auf Garantie die Eisenlieferung drin. Ich finde, man sollte häufiger in solche Hütten rein können oder Häuser rein. Eisengebundene Eisenbahnen. Diese Eisenbahnen tragen das Siegel der Gilde der Eisengebundenen. Sehr gut. Alter Mann, Mua. Der alte Mann stößt durch die Tür hinter dir herein. Du mutterloser Kriegstreiber. Er versucht, dich mit dem spitzen Ende seines Gehstocks zu verscheuchen. Raus mit dir. In einem dieser Fässer habe ich Eisen der Eisengebundene gefunden. Du hast einiges zu erklären, alter Mann. Ihn töten. Ich habe Eisen in diesem Fass gefunden und interessiert mich nicht, welche Entschuldigung du dafür hast. Der alte Mann richtet seinen Gehstock auf dein Gesicht. Immer müssen die Jungen auf den Alten herumhacken. Ich hatte bei der Sache doch gar keine Wahl. Vor zwei Wochen sind ein paar merkwürdige Männer hier aufgetaucht. Sie würden die Ventrienwache unterstützen, haben sie behauptet. Aber ich hatte sie noch nie zuvor gesehen. Wütend stammt er mit seinem Fuß auf. Ich hatte keine andere Wahl. Hätte ich nicht mitgemacht, wäre ich von diesen sogenannten Freiheitskämpfern umgebracht worden. Dörst du dich zwingen, der Ventrienwache zu helfen? Das klingt verdächtig. Dann hat sich Martani das Eisen geschnappt. Ihn töten. Eine Lüge eines... Ey, wir nehmen mal das Zweite. Dann hat sich Martani das Eisen geschnappt. Nicht ganz. Sie ist wie du quasi darüber gestolpert, als sie dabei half, das Dorf gegen einen Angriff wie diesen zu befestigen. Sie war genauso überrascht, hat das Eisen aber gerne mitgenommen. Dörst du dich zwingen, der Ventrienwache zu helfen? Das klingt verdächtig. Hast du irgendwas von dem Geld, was ich gesagt habe? Oder hängen deine Ohren da nur zur Dekoration? Er verzerrt sein Gesicht vor Wut, während ich seinen Speichel trifft. Genau das habe ich doch gesagt. Ich will nichts mit diesem Märchenkrieg zu tun haben. Wie auch immer, du wusstest es und die Geschmähten werden so getragen, dass du den Preis dafür bezahlst. Es scheint, als hätte dich deine sture Ignoranz gerettet. Ich nehme das Eisen mit, du darfst bleiben. Der alte Mann schnappt sich deine Hände und schüttelt sie mit all der kümmerlichen Kraft, die er noch übrig hat. Danke, Schicksalsbinder. Bitte, warum habe ich ein Dabbel jetzt bei der Ventrienmacher oder so keine Gunst dazu gewonnen? Kehre zu Isotanis zurück. Nochmals danke, dass du verstehst, welche Lage man mich gebracht hat. Eine Liste auf altem zerknitterten Papier, während verschiedene einfache Handwerks- und Reparaturgegenstände ausgestrichen wurden. Sind die meisten Nahrungsmittel noch verblieben. Ja, warum sollte ich den alten Mann jetzt nicht hier irgendwie Pi sagen oder umbringen? Das ist, das ist schön, dass ich da wenigstens mal was Gutes tun konnte. Es wäre halt geil, wenn man halt auch irgendwie die Möglichkeit hätte, aber gut, die wollten das halt nicht. Also die wollten halt nicht die Möglichkeit geben, dass man jetzt hier auch übermäßig Gutes tun kann oder im schlimmsten Fall ja noch... Ach fuck, Pax ist ja verwundet. Im schlimmsten Fall hier noch irgendwie das Triefgeschehen ändern kann, sondern die wollten halt schon, dass in einer bösen Umgebung quasi man da sich durchsetzt. Sein Mann steht wie auch immer nachvollziehbar. Ist halt mal ein anderes Spiel. Ich glaube, so in der Richtung gibt es das noch nicht. Geil wäre, wenn es irgendwann Tyranty 2 gibt, wo man halt einfach genau umgedreht spielen kann, wo man dann einfach der Gute ist und versucht, das wieder zurückzuerobern oder so. So, lagert er geschmähten. Ja, Pax ist zwar verwundet, aber solange ich jetzt noch nicht in den nächsten Kampf gehen muss, beziehungsweise halt das Hauptquest noch nicht geschafft habe, dass das scheiß Edict hier uns vernichtet, das sehr bald, werde ich erst mal nicht die Rast nehmen. Jetzt haben wir wieder 5 Stunden verloren. Jetzt sind ja jetzt auch nur noch 5 oder vielleicht sogar nur noch 4 Tage, ich weiß es gerade nicht. Ah, es sind 5. Möge das Edict dein wertloses Leben fordern. Wir sind nicht völlig ohne Verstand. Wir wussten, dass Kyros ein Edict gegen unser Tal erlassen würde. Vielleicht hat der Oberherr einen kranken Humor, aber ich zumindest habe herzlich gelacht, als ich erfuhr, dass das Todesurteil die Eidbrecher und die Marionetten gleichermaßen verdammte. Ich hatte solch niedrige Erwartungen an den Diener des sogenannten Akonten der Gerechtigkeit. Tudon scheint mir kaum mehr als ein Passiver, auf einem Thron sitzender Antlanger zu sein, um das Gemetzel und die Plünderungen der anderen Akonten zu legitimieren. Das Antlitz des Wohlstands, das Kyros eine Sache behaupten lässt, obwohl das Gegenteil zutrifft. Ich hatte gehofft, dass du wirklich der Gerechtigkeit dienst, also dem Begriff, nicht dem Akonten, aber dein Handeln sagt etwas anderes. Zumindest kann ich dir dafür danken, dass ich jetzt weiß, mein Zynismus war absolut gerechtfertigt. Solltest du das bevorstehende Gemetzel überleben, so lege Zeugnis ab, dass ich Tarkis Ari von der Ventrienwache die Verantwortung für die Aktion meiner Leute übernehme. Sollten meine Krieger je das Haupt oder Axt des Gerichts beugen, dann sage Tudon, dass sie am Verhungern und Verzweifeln waren und dass ich sie leicht in einen Kampf hineinziehen konnte, der nicht der ihre war, sondern meiner. Verkauf ihm diese Lüge, wie du Lügen des Oberherrn verkaufen würdest. Tarkis Ares, Hauptmann der Ventrienwache, Patriotin von Apis. Tarkis ist ein Frauenname? Antworten. Kann ich antworten, wie es aussieht. Hm. Verstehe ich es nicht so richtig. Was habe ich denn gemacht? Liegt es daran, weil meine Gunst unter 1 ist, oder was? Und der Zorn halt so hoch? Wahrscheinlich deswegen, oder? Wahrscheinlich hätte ich es so spielen müssen, dass der Zorn halt nicht so hoch ist und die Gunst höher. Aber ich habe ganz normal gespielt. Ich war wahrscheinlich sogar eher gut als böse. Ich kann nicht dafür, dass mich das Spiel immer wieder ausgedrickst hat. In diesem Sinne, was soll's. Also, meiner Meinung nach habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. In diesem Sinne, wir konnten im Kriegsheld liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten einen Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.